Thomas Coyard war ein englischer Reisender und Schriftsteller. Bekannt geworden ist er insbesondere durch seinen zweibändigen Bericht über seine häufig zu Fuß zurückgelegten Reisen durch Europa und Teile Asiens. Nachdem Coyard seine Ausbildung zunächst auf der Westminster School, dann an der Universität Oxford absolviert hatte, arbeitete er für Prinz Heinrich Friedrich, den ältesten Sohn von König Jakob I., als eine Art Hofmeister. 1608 unternahm er eine Fußreise durch Europa und veröffentlichte seine Erinnerungen 1611 in dem Werk Coyards Crudities Hesteli Gorbelt ab in Pfeif. Mons Travels in France, Italy und MC Der Reisebericht zeichnet ein lebhaftes Bild vom Leben in Europa zu dieser Zeit. Von Interesse ist er insbesondere auch für Musikhistoriker, gibt er doch Aufschluss über das Wirken der sogenannten venezianischen Schule. Einer der berühmtesten und fortschrittlichsten Musikrichtungen Europas. Auch enthält er eine detaillierte Beschreibung der Festlichkeiten in der Kirche San Rocco, bei denen die instrumental- und mehrstimmige Chorallmusik Giovanni Gabrieles Bartholomeo Barparinus und anderer beschrieben wurde. 1611 folgte ein zweiter Band mit dem Titel »Koryards Krembe or Hisgol vortet rice sodden«. 1612 machte sich Koryard erneut auf den Weg, diesmal nach Asien, wobei er Griechenland, das östliche Mittelmeer, Persien und Indien besuchte. Aus Accra und anderen Orten schickte er Briefe nach Hause, in denen er von seinen Erlebnissen berichtete. Koryard starb auf Reisen 1617 in Surat. Die Schriften Koryards waren zu seiner Zeit ausgesprochen populär. Seine Beschreibung der in Italien anzutreffenden Sitten und Gebräuche fiel in England, wo man zahlreiche Aspekte der italienischen Kultur wie etwa die Matrigalmusik bereits seit Jahrzehnten schätzte, auf fruchtbaren Boden. Koryard gilt als Vater der sogenannten Grand Tour, einer obligatorischen Italienreise für die Söhne des englischen Adels im 18. Jahrhundert. Daneben wird ihm auch die Einführung der Gabel in England zugeschrieben. Koryard mistaken! Koryard